So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir wollen einen weiteren Forschungsdurchbruch abholen und hoffen, dass wir einen Sinustein bekommen, weil wenn nicht, ist die ganze Folge für den Arsch. Aber mal schauen, wir drücken mal auf die Box und bekommen 2000 Staub, einen Sinustein, hey! Und 3000 Erfahrungspunkte, sehr schön. Begegnung beginnt, dann wollen wir erstmal den kleinen Tom fangen und dann natürlich das nächste Gen-4-Pokémon entwickeln, das nächste Hunderter. Denn das mit dem Sinustein ist ja jetzt nicht mehr garantiert. Die ersten paar Male war es ja so, dass ihr mit jedem Feldforschungsdurchbruch einen bekommen habt, aber seit dem neuesten Update, seitdem das Event auch zu Ende ist, ist es leider nicht mehr so. Mit allen aufnehmen, Verteidigung 15, daran steht kein Zweifel, Bruder. So, dann gehen wir gleich mal rein und werden uns überlegt, was ist denn noch eine coole Sache. Und da haben wir ein Ro-Nein, kein Rosane, ein Rosé. Ein Roselia 100er vorbereitet, auf Level 40 schon natürlich. Von 2031.12.2017, ein Silvester-Pokémon. Und das werden wir jetzt entwickeln, auf Level 40 schon, mit dem Sinustein zu Rosarade. Denn Rosarade ist ja auch ein richtig guter Pflanzenangreifer und natürlich der beste Giftangreifer im Spiel. Eigentlich wollte ich ja Sneebel entwickeln, aber da habe ich noch kein gutes, beziehungsweise nur ein 96er. Und da warten wir noch, nehmen noch ein paar Rates mit, tauschen noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir da ja auch noch ein Hunderter. So, da ist es auch schon. Rosarade mit 2971 Wettkampfpunkten. Da freut sich's, Gifthieb, Solarstrahl. Wir schauen noch mal kurz auf die Bewertung. Kann es mit allen aufnehmen. KP, beste Angriff, Klasse, Verteidigung, Klasse. Die besten, die ich je gesehen habe. Das war also ein weiteres Gen 4 Pokémon. Nach Rihonja und Ille Volte kam also jetzt das 100% Rosarade dran. Und sehr schön, dass es wieder mal geklappt hat mit dem Sinustein. Denn viele haben wirklich keinen bekommen. Das ist kein Scherz. Viele haben sich da beklagt, dass sie nichts haben. Mal sehen, wie's nächste Woche aussieht beim nächsten Durchbruch. Wir schauen einfach mal weiter. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Deuer Ramses. Geht's.